Geil! Jo, DJ, was geht? Hier! Kann man noch springen? Ich will es nicht ausprobieren, später stirbt man noch. Naja, bestimmt. Oh, ich hab die bessere Aussicht. Auf das Industriegebiet. Oh, guck mal, dahinten ist voll der Wald. Jo, stimmt. Ein Paintball oder so. Hui! Oh, oh. Oh, oh. Jetzt geht das bestimmt voll langsam, damit man nicht stirbt. Alter, wie hoch geht das denn noch? Oh je, oh je. Hör mal auf. Junge. Hätten wir das mal am Schluss gemacht, da stirbt man bestimmt bei... Ja, Herzinfarkt. Du hast deinen Herzinfarkt erlitten. Das wär auch cool. Ja, mach das mal noch höher. Alter. Boah, scheiße. Steigen wir immer noch? Ja. Ja. Alter. Wie hoch denn noch? Boi. 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 Er übertreibt das mal. Alter. Jetzt. Und ab geht's. Oh, oh. Oh, 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 oh. Bumm, tot. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Passiert nix. Wow. 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 Oh, lol. Alter. Wow. Bumm. Wie geil war das denn jetzt? Cool. Ja, man kann raus. Ich fand das cool. Kann man denn auch wieder so reingehen? Ne, aber man kann... Boah, man kann hier oben drauf. Boah, jetzt hätten wir mal starten müssen. Ja, genau. Und jetzt einer starten. Und dann kannst du da voll oben drauf mitfahren. Aber es dauert jetzt zu lange. Dann müssten wir cutten. Was ist denn das hier mit richtiger Zahl? Um ein Spiel zu spielen, wähle eine Zahl zwischen 33 und 83. Machen wir mal 50. Keiner hat mich in diesem Spiel geschlangert. Mach jetzt so lange, bis ich das hab. Wo? Hm. 32? 83? Das ist kacke. Was krieg ich denn, wenn ich gewonnen hab? Krieg ich da noch irgendwas, oder? Weiß ich nicht, aber ich mach das nicht. Das ist doof. So, Wahrsager haben wir gerade schon gemacht, aber... Oh, dein Schicksal ist besiegelt. Och, Menno. Ich bin auf das Schaukelschiff. Oh. Hotdog-Stand. Hotdog kaufen. Yay. Oh, das kostet Geld. Finger weg. Autoscooter. Hier, Autoscooter, hier hinten. Wahrsager. Komm, wo bist du denn da hinten? Okay. Hier, bei diesen Dance-Platten. Ja. Okay, auf geht's. Ah, over. Auch nicht schlecht, dachte ich. Ja, war klar. Okay, komm, dann. Dann, auf geht's. Hui. Bam. So, mit 10 Leuten oder so wäre das bestimmt voll übel. Mit 10, Junge, mit 20 oder 30? Ja, dann kannst du hier ja gar nicht mehr rumfahren. Ja, das ist der Sinn. Jo. Du schrottest deinen Vortex schon so. Ja, hab richtig Bock drauf. Hui. Oh, Leute, wie schnell der Zustand auch runtergeht, ey. Naja, haben die bestimmt auch gefixt. Extra jetzt dafür. Das dauert das ja je ewig. Das ist schon ziemlich geil, ganz ehrlich. Also so einen Freizeitpark hinzumachen, das hab ich bislang echt noch nicht erlebt. Ich mein, man muss erst mal auf die Ideen kommen, ganz ehrlich. Ja, das wohl auch. Ja, echt. Ich hab ja schon vieles in meiner SMP-Zeit gesehen, ne. Auf Nova hab ich einen, auf dem Relive-Server hab ich einen Stuntbereich gesehen, wo man auch Instant seinen Dings reparieren konnte. Ich hab alles Mögliche gesehen, aber das hab ich echt noch nicht gesehen. Ja, das ist echt cool. Oh, ich bin gleich down. Ja, ich bin down. Oh, scheiße. Jawohl, nicht erster. Huiiii. Oh. Es. Anti-cheat. Wow. Bist tot? Ne, ich bin auch schnell ausgestiegen. Haha. Ich dachte mal, wird rausgeslappt. Alter, müssen wir jetzt wirklich hier drauf springen. Yolo. Äh, du bist bei mir unsichtbar, lol. Lol, wollte ich bei dir removed. Guck mal an, Chat. Ne. Okay. Bist bei mir einfach unsichtbar. Seh dich nicht. Also ich seh, ich seh deinen, deinen Schrift und deinen Namen, aber ich seh dich nicht. Ja, und wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Ja, auch wieder runter springen. Ja, voll gefährlich, alter. Hu. Und ich bin im Wasser. Hey, ich hab's ge- Hey, lol, das dreht sich weiter noch auf dem Land. Lol. Jetzt. Lol, ich bin wieder auf dem Schiff. Hä, das packt übel rum. Äh, ich bin auch, ich bin, hä? Wo bist denn du jetzt? Ich bin wieder auf dem Schiff. Hallo. Ich, jetzt bin ich im Schiff drin. So eine Kacke. Jetzt bin ich wieder auf dem Schiff. Hä? Ich bin im Boden. Ah, ja. Ja, so gut. So gut. Ich glaub nicht, dass ich hier rauskomme, weil das ist ein Gitter hier, wo, da komm ich nicht mehr raus, alter. Kannst du nicht rausschwimmen? Also so. Rausschwimmen? Ja, so runter, raustauchen. Wat, Erfolg, wat, Erfolg errungen weißer Hai. Flüchte vor dem Hai. Wat für ein Hai? Ah, da ist ein Hai hinter mir. Alter, verpiss dich mal. Lol, hier ist noch ein Hai. Null. Geht mal weg. Geht mal nach Hause. Alter, die schwimmen sogar in meine Richtung. Ja, die schwimmen sogar in meine Richtung durch Objekte durch. Fickt euch mal. Haha, alter, geht mal weg. Schauen wir uns mal an, wie schnell die drei oder vier Admins arbeiten. Ich guck mal. Drei Admins. Schauen wir mal, ich hab jetzt mal ein Ticket gemacht. Alter, Hai, Hai, Hai. Geh weg, 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 weg. Gut, dass die nicht so schnell sind, ey. Ah, Luschi. Auch cool, spawnen da einfach Haie hinter dir, ey. Ja, ist echt chillig, ey. Oh Mann, ey. Ja. Kannst du wirklich nirgendwo raustauchen oder so? Oder bist du wirklich in dem Gitter, in dem Objekt an sich drin? In dem Gitter, ja. Okay, das ist natürlich scheiße. Ich dachte, du wärst jetzt irgendwie unterm Boden. Das ist ein bisschen doof gemacht, dass man so auf diesem Piratenschiff da so... Vielleicht ist das auch gar nicht dafür gedacht, aber ich dachte mir jetzt schon. Na klar, wie willst du das denn sonst machen? Ah, es hat schon einer angenommen. Lol. Ah, hier ist einer. Oh, hier gibt's eine Lounge. Komm, wir chillen mal in dieser Abfuck-Lounge. Das ist richtig verdreckt hier so. Haha, richtig cool. Oh, wenn man spricht, macht man sogar eine Bewegungsanimation. Ja, das hab ich auch gerade gemerkt, das ist richtig cool. Das ist geil. Da haben sie echt, also das ist echt Roleplay vom feinsten, Leute. Ja. Aha. Wo bist du jetzt eigentlich? Äh, ich bin hier wieder bei dem komischen Freefall-Ding. Okay. Lol, das kommt gerade runter, Alter, das hätte mich jetzt fast erschlagen. Hehehe, geil. Aber jetzt dauert das 3 Minuten, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich springe eben drauf und warte, aber jetzt dauert das ja 3 Minuten. So. Ah, es geht. Oh, ich hab 15 Euro bekommen. Ich auch, glaube ich, ich hab wieder mehr Geld. Und da ist er weg. Jo. Okay, war das Nemesis? Ne, doch, ich dachte schon. Ich hab eine Errungenschaft gemacht, weil ich meinen ersten Report erfolgreich gemacht hab da. Okay, und ich bin vom Hai weggeschwommen. Ja, geil. Ja, dann würde ich sagen, das war auf jeden Fall der Freizeitpark. Der war auf jeden Fall, ähm, interessant zu sehen. Auf jeden Fall seinen Besuch wert, also. Ja. Kann man nicht sagen. Da kann man auch mal ein schönes Abonnenten-Finger von meinem Scheiß-Roller. Haha, nein. Welcher war nochmal meiner? Ja. Okay. Du bist bei mir, by the way, immer noch unsichtbar. Das ist gut. Geister-Roller. Warte mal. Wir haben, ähm, ja, echt Geister-Roller. Hahaha. Ähm, Minigame-Arena. Ey, cool. Wo bin ich hin? Wo ist die? Warte mal. Uh, ich bin ein Geist. Wo ist die denn, Alter? Hä? So, die ist in Los Santos. Ähm, GPS, sonstiges. Wir hatten doch, da war, ähm, Roller-Tuning. Das müsste hier in der Nähe sein, wenn ich mich gesehen habe. Ne. Gut, dann folgen wir mal ganz unauffällig gleich. Ach, ich bin ja ein Geist. Unauffälliger geht's nicht. Äh, ich hab zur Minigame-Arena. Oh, yeah. Also, Fazit zum Vergnügungspark hier, Freizeitpark. Kann man auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Ob das, das ist halt Geld auf jeden Fall mal einmal wert. Und Leute, da könnt ihr auch euch mal treffen oder so. Oder einfach mal, ne? Mhm. Oh, guck mal. Wurde gekickt. Behinderung des Spielverlaufs. Da hat sich wahrscheinlich irgendeiner bestimmt in so eine Polizeikontrolle oder so hingetan. Ja, das ist echt schon krass. Aber, ähm, ich denke mal, da werden auch vielleicht noch so ein paar Sachen auf dem Freizeitpark hinzugefügt. Also, für mich hat der Freizeitpark eine glatte Eins verdient. Ja. Auf jeden Fall. Also, das muss man erstmal hinkriegen, in SH&P so ein Freizeitpark erstens so zu gestalten und zweitens, dass er auch so Spielspaß wirklich bietet. Ja. Also, was mich nur interessieren würde, wäre ja, ähm, ein Rollercoaster. Also, ähm... Achterbahn. Achterbahn. Ja, das wäre natürlich echt schwer zu machen. Aber, ja, wollte ich gerade sagen, das wird wahrscheinlich echt ziemlich anspruchsvoll. Hm. Du wüsst ja auch nicht, wie man das machen soll. Na gut, aber wüsstest du das bei dem Freefall Tower? Das wüsste ich, klar. Da werden einfach nur Objekte bewegt. Das ist, äh, nicht schwer. So werden ja auch Tore und sowas gescriptet. Hä? Das ist somit das Einfachste, was es gibt, aber... Ist schon schick. Dass man nicht stirbt, ist interessant. Ja. Aber so... Achterbahn? Na, weiß ich nicht, das wäre schon hart. Wird echt schon ziemlich cool, was der Server uns bietet, so als Spieler. Mhm. Das ist echt fett. Haben die sich echt mal Mühe gegeben. Auf so einem Server, da warte ich schon lange so, die auch mal, ähm, viele Sachen auch so, die Einzelnen schon Mühe machen und die irgendwie im großen SMP-Forum beziehungsweise im großen GTA-Forum schon released werden und das dann alles mal so zusammen in einen Server, so mit richtig viel Mühe dahinter, das siehst du hier auch. Das mal so als Server, das ist echt, äh, schön, interessant. Wobei, wobei, dass ich gesehen habe, dass der Thread von dem Server im großen GTA-Forum, äh, geclosed worden ist. Ja, wegen der Community. Also da gab es anscheinend auch, da gab es anscheinend auch massive Probleme. Also liebes Team von Nemesis Roeplay, haltet euch am besten einfach von dem Server, äh, von dem Forum fern. Ja. Persönlich halte nämlich nichts von dem Forum. Da hatte DJ auch schon einiges mit denen durchgemacht. Oh ja. Also, nicht empfehlenswert. Aber, dann ist das schon mal gut, dann wissen die auch Bescheid, dass da nichts zu holen gibt, außer Idioten. Vollkommen richtig. Oh. Auch Kreisverkehr sagst du? Wie mal rein da? Hä? Wo ist ein Roller hin? Äh, der ist weg, weil 30 Minuten abgelaufen sind. Oh. F zum Beitreten. Driftstrecke, Kickstart, Minigame, Stuntpark. Oh, ne. Mach mal mal die 1. Driftstrecke. Nummer 1. Ach du Scheiß. What the foo. Was? Start Drift. Oh yeah. Oh, sogar mit Handbremse, Junge. Handbremse gelöst. Und was ist, wenn ich die angezogen hab? Die Handbremse gelöst, hä? Wo steht das? Äh, steht da. Oh. Äh, muss Numpet 6 drücken. Ah, okay. Joa. Ja, das ist doch unfair, du hast doch schon... Ah, okay, wenn du die angezogen hast, dann bleibst du auf einmal ganz plötzlich stehen. Ja. Geh, dann seht ihr ein kleines Skillrennen. Ja. Ey, warum hast du Nitro? Hast du auch. Okay. Ja, dann bin ich einfach nur der Boss. Ja, das sieht man. Ja, das ist auch ein Driftrennen, kein Rennen. Ja. Und? Ja. Als Driften? Ja, aber man benutzt kein Nitro beim Driften, weil die Reifen dann durchdrehen. Ja, klar benutzt man das. Na, wo denn? Weil... Fast to Furious oder was? Ja. Ja. Natürlich, da benutzt man das doch auch. So realistisch, weißt du? Realistischster Drift-Film ever. Ja, das ist SHMP. Realistisches Spiel ever. So. Hab ich's dir gegeben. Bam. Was? Ja. Was? Was? Oh. Wenn GP sich das jetzt hier angucken würde. Haha. Der wird glaub ich kotzen. Ach quatsch. So gut fahr... So schlecht fahr ich doch gar nicht. Nein! Vom Driften her. Es geht ja hier ums Driften. Ah. Wo... Habe ich hier irgendwo Drift-Points? Nö. Also. Dann geht mir das auch nicht ums Driften. Ja, okay. Dann geht's halt nicht ums Driften. Außerdem heißt es Drift-Strecke. Eine Strecke ist für mich immer... äh, er sei erster. Hä? Nicht unbedingt. Ach. Nö. Das war schon? Lol. Schon unten? Ja. Haha. Okay. Ja, aber das ist doch viel höher, das Gebäude. Das war doch nur ein Scherz. Ach so! Das ist hier auf dem Dingens. Naja, da kommt gleich noch mehr. Aber manch überdreh ständig mit Nitro. Ich sollte das nicht benutzen. Sag ich doch. Ich versuche ja auch wenigstens zu driften, aber es klappt nicht ganz so. Ja, ich doch auch. Ich drifte da auch die ganze Zeit. Ja, das will ich sehen. Ja, dann guckt ihr das Video an. Fahrzeug repariert. Oh, das geht noch weiter. Na, Alter! Wieso ist der Baum größer als der angezeigt wird, ihr Ficker? Das hätten so ein schöner Drift sein können. Was mich aber jetzt mal interessiert, ob diese Objekte hier auch in der normalen Welt sind oder ob das hier eine extra Welt ist. Was denn? Na, hier diese Drift Strecke. Aber das spielt ja ganz normal in LV. Meinst du das eine extra dafür angelegte Welt, oder? Meinst du jetzt, wir sind in einer virtuellen Welt, oder wie meinst du das? Na, ich denke mal, das wird hier eine virtuelle Welt sein. Ja, ne? Ja. Das ergibt sonst keinen Sinn, würde ich mal sagen. Nitro Boost. Wumm. Meine Fresse, ich bin auch schnell unterwegs. Wäre gut, dass die das mit einem Allergy gemacht haben. So, lol, ich... Wtf. Ich war grad auf 0 FPS. Jetzt hab ich meine Aufnahmen neu gestartet und dann geht's wieder. Das hab ich manchmal irgendwie... Oh fuck, frag mich dich hier. Manchmal so so 0 Frames oder so und dann mach ich Aufnahmen aus und dann geht's wieder. Naja. Das war eine ganz schön lange Strecke. Hm. Muss ich auch sagen. Hm. So wird's nix. Naja. Bin gleich mal gespannt nach, äh, das nächste. Was war das nochmal? Hm. Weiß nicht. Irgendwas interessantes auf jeden Fall. Ja. Hoffe ich doch mal. Deathmatch, ne? Deathmatch, ne? Deathmatch. Das dritte war auf jeden Fall ein Stuntpark. Der ist ja jetzt nicht ganz so interessant für dich. Das weiß ich auch noch. So. Kann man sich vor, ich bin fertig. Okay. Drücken, um die Driftstrecke zu verlassen und zurück zur Lobby zu gelangen. 2. Äh, ja. So, ein Minigame, was haben wir denn da? Kickstart Minigame. 2. Au. Geil aus. Okay. Oh, ist gerade besetzt. Hm. Ich geh ins Stuntpark. Aber da kann nur einer reingehen. Ja. ��ement. Okay. Ja. So.